da bin ich ich habe halloween outfit ich könnte auch immer wieder so jetzt habe ich wieder mein richtiger outfit mein richtigen outfit an danke meine krone ich bin weiß ich habe ein kleines kindchen also wir zu viert stimmt wir sind schon wir sind nur zu viert und hinke hat ein gabi cosplay an ist ein insider das ist ferdinand wir haben doch auch kleine kinder ich muss für mein eigenes kind kümmern ich bin fertig bin bereit wenn ich sterbe kümmert euch um mein sohn kretel wir müssen uns muten alle muten im chat im voice die spielaufnahmen aktiviert dann wird das ziemlich gut okay ich bin nicht im poster und genutzt spiel zusammen mit blacky und mit hinke und mit so kaya eine runde zu viert und so kaya hat sich nicht genutzt das meintas und der grundmischung und aber das hinke auf jeden fall das hinke ich habe einen tag ich habe zwei taten bei Edmonds. Oh, Electrical. Ja, ja. Zu viel ist es halt ein bisschen. Da wird der Imposter relativ schnell auffliegen. Ich habe noch eine Task. JAHU! Die verdammte Kartenaufgabe. Da haben jetzt alle ihre Tasks erledigt, bevor der Imposter töten kann. Das ist bei vieler Spieler. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe gesehen, wie Blacky in Lüftung schlacht. Blacky ist gewendet. Blacky ist gewendet. Also, Hinkle, du hast gesehen, wie ich da hoch ging, ne? Ja, also, Blacky ging dann Richtung... Also, du kamst ja von Navigation, so. Ja. Also, ich ging halt an dir vorbei. Ging auch, Blacky war auch da. Die ging runter. Auf einmal hat sie angefangen, mir zu folgen. So, ich habe dann so gewartet. Blacky ist auf einmal stehen geblieben. Ich gehe zurück und ich sehe, wie sich der Duftungsschacht auf der Mese reinspringt. Tja, Blacky ist gewendet. Also, ich glaube das. Also, Blackys Stimme... Ich erkenne das... Es ist wieder Kontist Diebstahl von Paluten. Ich erkenne das an Blackys Stimmfarbe. Was? Ich erkenne das an Blackys Stimme. Blackys Stimme. Blacky klingt sehr sus. Ja. Blacky ist... Blacky ist... Blacky ist es. Ja, Blacky auch noch, das ist... Da musst du lügen. Da musst du lügen lernen. Ja, ich weiß, ich habe es bisher nur mit... Du lernst es sehr schnell. Mhm. Ah, ja. Ja, zu viel geht eine Runde relativ schnell vorbei. Und die Tasks sind auch schnell erledigt. Also, da muss der Mörder sich ein bisschen beeilen. Da musst du schon die krassen Tricks auspacken. Mhm. Also, ich muss gerade mal überprüfen. Habe ich das Spiel an? Ja, ich müsste... Ich kenne doch niemand, der mitspielt. Ah, sehr gut. Ich habe Aufnahmen an. So, weiter geht's. Nächste Runde. Ich muss mich muten. So, ich bin natürlich wieder nicht im Poster. Zweite Runde und ich bin wieder nicht im Poster. Ich folge meinem Blacky. Wo habe ich denn meine Tasks? In Admin habe ich wieder eine Task und im Storage. War tatsächlich Blacky jetzt im Poster. Aha. Hier ist eine Task. So, ja, die verdammte Karte schon wieder. Lass mich in Ruhe sogar, ja. Da, da, da. Diese Kabel sind doch lästig. Nein. Nein. Ich umbringe. Ich gehe das Licht reparieren. Da tut er mich gleich nicht. Es war doch klar. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt werde ich natürlich gemutet. Hm. Wo war das? In Electrical. Ich wollte die Lichter fixen gehen und... Er lag einfach da. Er war's. Er ist mir einfach gefolgt. Ich hab's schon gewusst. Ich hab's so geahnt. Dass das Licht ausgehen kann. Ich bin natürlich gemütet. Die hören mich nicht. Ich ging an der Letzte. Entweder Self-Report oder Black... Oder... Oder... Ach... Oder du warst es. Cool. Sorka ja los. Ja. Okay. Sorka, oder wie spricht man das aus? Hallo, mein Name ist Luca. Lukas? Ah, ah, Luca. Okay. Du warst es. Oder es war ein Self-Report. Aber ich glaube nicht, dass es ein Self-Report war. Das Ding ist, äh... Am Anfang hab ich mich halt so, äh, hier beim Müll gesehen. Du standst halt einfach nur für eine Sekunde oder so. Ich weiß halt nicht, wie lang die Aufgabe geht. Ich hab auf die Karte geguckt und geguckt, wie ich am besten die Task ablaufe. Ja, weil direkt vorher eine Aufgabe standst du halt, dachte ich, du hast was gefakt. Deswegen? Gut. Okay. Hm. Dann würde ich das auch gar nicht mehr ohne gesehen. Ja. Ich weiß halt nicht. Ich glaub, Luca war's. Kommt durch. Ich glaub... Und ich bleck hier. Weil du dich angeschuldigt hast. Keine Ahnung. Nee, ich bin's halt nicht und entweder... Das verteidige nicht. Ich tippe eher auf Luca. Ich glaube nicht, dass du Self-Report machst. Dazu ist er noch zu... Es ist noch zu ein Anfänger. Das kann Bleck hier noch nicht. Self-Report. Nun. Wie sieht's aus? Wir sollten einen voten. Okay. Wir haben noch mal eine Note. Doch. Nein. Wir können ja... Ja. Und was denn jetzt passiert? Das ist echtes. Ach. Er ist... Luca ist disconnected. Deswegen ist er... Weil der Imposter war... Wenn der Imposter disconnected ist, dann haben die Automatisch gewonnen. Wenn der Imposter dann tot ist. Anscheinend. Aber Blacky war nicht der Imposter. Oder wenn der Host... Vielleicht ist der Host disconnected, dann kennen wir das auch. Nee. Warum auch so... Eigentlich muss er disconnected sein. Weil wenn der Imposter weg ist, dann ist er weg. Dann ist es... Also eigentlich muss Luca disconnected sein. Irgendwie Internetprobleme oder irgendwas. Aber Internetprobleme klingt mehr nach Blacky. Das ist... Ja. Das klingt mehr nach mir. Aber eigentlich ist es bei mir gerade alles so gut. Und Blacky ist gar nicht mehr mit hier. Deshalb... Ah. Das muss an Blacky gewesen sein. Star Crow Legionnaire. Untertitelung des ZDF, 2020